Hallo Leute! So, ihr seht jetzt gerade nichts, weil ich es am Kanal habe, weil ich kein Buch habe, mir im Video zu zeigen, was ich zum Schluss auch machen will, weil ich mich noch nicht durch die Kette kürzelt habe und immer noch total katastrophal ausschaut. Aber auf jeden Fall zeige ich euch heute ein Bug-Video, was sie alles über das Wochenende mit zu meiner allerbesten Freundin nimmt und zwar ist sie nach Linz gezwungen, jetzt wohnt sie dort und das ist die Vanessa vom Kanal Itz-Vanier und ja, also am Freitag am Morgen fahre ich zu ihr mit dem Zug und da zeige ich euch, was sie jetzt alles einbagt. Und heute schlafe ich halt bei meiner Mama, aber das ist ja was anderes und dann geht es auch gleich los. So und zwar habe ich da jetzt schon alles auf meiner Couch ausgebreitet, was ich mitnehme und zwar fangen wir da an, das sind Trägerladeln und ja, kurze Sachen halt, Schlafhosen und kurze Hosen und das, Schlafhosen und kurze Hosen, da sind zwei dünne Jacken, mein Ladegerät vom Handy, meine Kopfhörer, mein Reisepass. Und mein Zug, die ich jetzt habe in meiner Geldtasche. Stift, das ist eine Karte, die ihr geben, DVDs und ganz unten mein Tagebuch, dafür ist der Stift. Socken, dann haben wir hier eine Tasche mit Pflegeprodukten von meinem, ähm, Dings, Zahnputzzeug und so. Da sind die Schminksachen und so, also sind die, da sind Bikinis, die ich mitnehme, weil es wird sicher warm und wir werden uns sicher vielleicht mal anspritzen gehen oder so oder weiß nicht was. Auf jeden Fall da eben diese Jacken, meinen Trinkmacher, meinen neuen, den ich mitnehme, kurze Hosen, da habe ich gerade eine Anlehnung mitnehme, lange Sachen, Leggings und etwas langere Hosen und dünne, ähm, Kleid. Das ist dann einen komischen neuen Anzug da, meine Umhängedasche, die ist klein, die ist fein, die nehme ich mit, T-Shirts, lange Sachen, einen Regenschirm, mein Kissen. Und, ähm, ja, so weit, so gut, das war es, alles, was ich mitnehme. Und da ist die große Tasche, die ich von meiner Mama kriege, die werde ich jetzt, ähm, haben. Ich glaube, sie hat sie mir geschenkt oder wie auch immer. Auf jeden Fall, die ist schön groß, da hat alles Platz und die nehme ich auch mit. Ja. Und das war's, ähm, mit meinem Backvideo. Ich weiß, es ist sehr kurz und nicht viel, aber für ein Wochenende von Freitag bis Sonntag braucht man nicht so viel. Und, ähm, ja. Ah ja, Unterwäsche nehme ich auch noch mit, aber die habe ich halt nicht gezeigt, weil niemand das angeht, wie meine Unterwäsche ausschaut. Deswegen, aber ja. Ähm, Jacke werde ich auch mitnehmen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch und abonnieren. Und, ähm, unten, wie immer, ein Kommentar hinterlassen. Und ich schreib da einfach rein, abonnieren und, ja. Bye.